Hallo, ich bin Armandine und ihr kennt mich und meine Backwerke vielleicht von YouTube. In diesem Video übernimmt das Brotbacken aber dieser Brotbackautomat von Medion und da muss ich fast nichts mehr machen. Egal ob du einfach nur gerne wissen möchtest, was in deinem Brot steckt oder du wegen einer Unverträglichkeit genau darauf achten musst, mit einem Brotbackautomaten hast du in nur wenig Handgriffen ein frisch gebackenes Brot zubereitet. Der Brotbackautomat von Medion bietet uns ganze 19 Programme, davon einige Brotprogramme von Weißbrot über Vollkornbrot bis Brioche. Aber Brotbacken ist nicht das einzige, was ein Brotbackautomat kann. Er bietet uns auch Spezialprogramme für zum Beispiel Porridge, Joghurt oder Marmelade. Klar, ein Brotbackautomat kann rühren und erhitzen, warum sollte man darin dann nicht auch andere Speisen zubereiten? Für ein schnelles Brot das Rührelement nicht vergessen, Zutaten einfüllen und den Brotbehälter einsetzen. Nachdem ich das Programm ausgewählt habe, kann ich noch die Größe auswählen, 500 Gramm, 750 Gramm oder 1 Kilo und den Bräunungsgrad von hell über mittel bis dunkel, je nach Geschmack. Und mit der Zeitvorwahl bis zu 15 Stunden kann man sogar am Abend alles vorbereiten und am Morgen dann das frisch gebackene Brot genießen. Und schon kann es losgehen. Den Rest übernimmt jetzt der Brotbackautomat, den Teig kneten, eine wohlig warme Umgebung schaffen, damit der Teig gut aufgehen kann und das Brot fertig backen. Das heißt, man muss gar nicht den großen Backofen anschmeißen, um ein knuspriges Brot backen zu können, sondern kann sparsam im Brotbackautomaten backen. Hier ist jetzt das fertige Brot. Ein Brot aus einem Brotbackautomaten ist immer mehr von unten gebräunt, da sich die Heizspirale im Automaten unten befindet und unter dem Brot befindet sich ein Loch durch den Knethaken. Wie ihr seht, ist das Brot richtig gut aufgegangen und es ist auch richtig genusslich. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck vermitteln, was ein Brotbackautomat alles kann. Wer ein schlichtes Design mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, wird bei diesem Gerät von Medion fündig. Wer ein schlichtes Design mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis,